So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Publix Media, ja Camtasia Studio 7 ist draußen, leider ist es auf Englisch, die deutsche Version kommt im Mai, ich werde euch einen Link zu einem Video in die Beschreibung stellen, zum Video von Softwareanleitungen, die haben das oder er hat das ausführlich erklärt, die neuen Features und so weiter, eines der neuen Features ist zum Beispiel, dass man mit 30 Frames die Sekunde aufnehmen kann, oder dass man direkt auf YouTube hochladen kann, ja, schaut es euch einfach mal an, ich sage, ich bin hier raus, ansonsten abonnieren, empfehlen, kommentieren und bewerten, ich drücke F10 und haut rein!